Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Wismann. Willkommen in diesem wunderschönen Ford Kuga Trend mit super Ausstattung. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Kuga ein CD-Radio Sony MP3 mit Lenkradbedienung und externem AUXEN-USB-Anschluss. Über die Bluetooth-Freisprachanlage können Sie telefonieren, ohne Ihr Handy aus der Tasche nehmen zu müssen. Seine besondere Note erhält der Trend im Außenbereich durch schicke 17 Zoll Leichmetallfelden. Abgedunkelte Scheiben hinten. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Chrom-Dekor rundum und eine Dachreling in Silber. Im Innenraum gibt es vier elektrische Fensterheber, eine automatische Klimaanlage, die heizbare Frontscheibe und den Tempomaten. Darüber hinaus verwöhnt diese Kuga mit Parkpilot vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fußmatten und Bordcomputer. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und Sex Airbag parat. Elektrisch feststellbare Außenspiegel, ein platzsparendes Reifenreparatur-Set und die Nebellampen vorne. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020